Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch voller Stolz endlich Black Ops 3 auf meinem Kanal präsentieren. Das allererste Live-Kommentary auf meinem Kanal, das muss man sich mal geben. Also mindestens dafür schon mal einen Daumen nach oben, da will ich mindestens 88 Likes für sehen, Nazi confirm. Und auch spätestens ab 20.15 Uhr werde ich Black Ops 3 streamen. Ja, ihr habt richtig gehört, im Livestream wird es Black Ops 3 zu sehen geben. Sorry an der Stelle, dass die Soundqualität nicht ideal ist, der Spiele-Sound ist etwas zu laut. Das kann nur ein Bug sein, werde ich auf jeden Fall fürs nächste Video fixen. Und wenn wir mindestens 30.000 Likes knacken, dann gibt es morgen um 18 Uhr in all der Frische das nächste Video. Denn normal lade ich ja nur 2 die Woche hoch, das heißt, mein Soll wäre erfüllt mit diesem Video. Aber es liegt an euch, in dem Sinne sage ich schon mal wieder schauen und reingauen. Viel Spaß beim Video und ab dafür, der Limmel. Also die Map ist einer meiner absoluten Favourite Maps. Hier kannst du tauchen und alles, da ist einer. Oh, der übelts fällt. Na komm, wo ist er? Oh, arme Glück gehabt. Bei uns schüttet es gerade in Strömen. Sorry, falls ihr ein bisschen geklatscht, wenn ihr da kommt, hört. Oh mein Gott, oh mein Gott, du doofe Sau von Eckencamper. Warte, sind da einfach mal in die Ecke gestellt und gewartet, bis das Unkraut wächst. So, da scheinen welche zu sein. Gehen wir mal hin, schauen wir mal in Hetlitch. Gehen wir mal hier in die Brütze. Da ist ein Teamkunde. Oh, fang dich ab. Hey, nicht auf mich schießen, schrecklich. So, da haben wir einen. Da war noch einer. Ne, der ist hier unten. Da unten, da unten, da unten, da unten. Aufpassen, aufpassen, dass wir jetzt nicht von hinten. Da ist er, komm, hol ihn dir. Jawohl, Geistron. Schlecht, da ist einer am Haus. Komm, wir gehen hier mal in die Brütze und luschen mal. Ah, wo sind sie hin? Da habe ich nicht, du Schlingel. Da war noch einer. Oh, ohne Griff. Ohne Griff kann ich sie nicht so gut spielen auf Entfernung. Ich brauche, definitiv Griff brauche ich hier noch. Jawohl, Geistron. Jetzt haben wir hier den Pfeil. Ist er am Tauchen, oder was? Ja, der ist am Tauchen. Komm, wir springen mal zusammen ins Wasser mit ihm. Da ist er. Wo ist er, da ist er. Versuchen. Da ist er. Komm, wir gehen mal von hinten rauf. Wo ist er jetzt hin? Oh, Glück gehabt, da war noch einer. Drohne erwartet Befehle. Nein. Fuck. Scheiße, Mann. Kommando, der nötige Abend. Ah, lau mir die zu. Scheiße, Mann. So, jetzt gehen wir mal hier durch die Höhle. Die Höhle ist weg. Oh. Scheiße, jetzt müssen wir hinterher tauchen. Komm, hinterher. Das ist so geil gemacht, dass du hier unter Wasser schießen kannst. Übelst nice gemacht. Scheiße. Oh, jetzt bin ich wieder sichtbar. Ich hasse das. Mann. Ey, das nervt, ey. Dass sie diese Scheiß extra haben. Und dann können sie mich immer durch die Wände schwingen, wie so ein Scheiß Hacker-Homo. Ich bin jetzt auch nicht zu sehr aufregen. Da war einer rechts. Mal aufpassen, dass er da nicht... Ja. Oh, oh. Glück gehabt. Mehr Glück als er standen in der Situation. Ah, du Schlängel. Jetzt haben wir wieder den Pfeil und Bogen. So, holen wir mal Pfeil und Bogen raus. Da hinten ist er. Komm, du frisst das. Angeklagst. Ohr. Scheiße. Ohne Nähe sich. Scheiße. Ach komm, den scheißer Pfeil und Bogen. Oh, Sau. Da hat er mich aber überlistet, der Schlängel. Also die Emotionen gehen mit mir durch hier bei den Gästen. Mann, halt doch mal die Fresse. Niemand will sich jetzt unterhalten. So, wo sind die? Feindliche Drohne nähert sich. Nein, jetzt haben die Pisser auch noch eine Drohne. Okay. Nice one. Nice one. Ach, und wieder von hinten. Das sind immer die bittersten Tode. Bittere Pille. So, da ist immer noch oben der Schlingel. Das ist auch geil gemacht hier im Übrigen. Wer das noch nicht kennt. Warte mal, ich zeige es nochmal. Ohne, dass wir jetzt verrecken. Und let's go. Aber das finde ich schon ganz nett gemacht. Finde ich jetzt auch nicht, dass es so schlimm ist wie in AW oder so. Ist ein ganz cooles Extra. So, ist hier einer. Oh, wieder von hinten. Verflucht nochmal. Keiner meiner T-Mails macht meine Drohne, klar. Belastend. So, da war doch noch einer. Weiter so. Oh, oh, nice one. Schön Doppelkill. Obwohl ich gebranit war. Läuft der Schweiß. Die Achsen runter ist ja nicht mehr feierlich. Oh, jetzt mal eine Dose, äh, Deo. Ja. Nice. Da war noch einer. Ja, wo war hier einer? Oh, der Schatten, Digga, der irritiert mich jedes Mal wieder. Oh, Mist. Aber wenigstens habe ich noch einen mitgenommen. Ja. Sag mal. Ey, was machst du denn da? Das war nicht so geplant. Äh, wo ist er hier? Frage ist bloß wo. Hä? Hä? Ja, get wrecked, bitch. Get over my Pimmel. Also, das Spiel lässt sich echt gut spielen. Muss ich ehrlich sagen. Und, ähm, auch wenn wir die letzten Jahre immer, dass, äh, die neuen CODs hochgehimmelt haben und dann aber doch tief gefallen sind, in Anführungszeichen. Es fühlt sich... Erledigt. Es fühlt sich richtig gut an. Gut, wir einfach nach der Drohne nähern sich. Na, hinter dir, hinter dir. Ja, Achtung, Achtung, Kollege. Was machst du denn da? Bist du irgendwie voll... Also, meint die Leute... Ja, komm, sei ruhig, bitte. Oh, fuck! Ich hab schon viel zu viel Bock sein. Mann, sei doch mal ruhig. So, wie machen wir das jetzt hier? Das haben sie ganz cool gemacht. Alle außer Part, die stumm schalten ein. Gut gemacht. Das heißt, können alle die Fresse halten. Alter. Oh, da sind sie zu zweit. Scheiße. So, ich hab da noch den Pfeil... Ach, scheiße, den Pfeil... Oh, get back, bitch! Get off, mein Pimmel! Ah, wo spawnt der? Wieder hinter uns. Das hat sich nicht so gewollt. Sah aber gut aus. Wo ist er jetzt? Drohnenenergielevel bei 5%. Oh nein, Drohne ist weg. Du kleine dreckige Sau! Beweg dich doch mal! Ja, und... Au, hab ich rein... Oh, Mann! Scheiße! Haben wir wieder die Scheißpfeile umbogen? Bin ich in keiner Jones, oder was? So, komm. Rein damit. Da ist ja irgendwo einer. Frage ist, bloß wo. Wahrscheinlich hier in der Ecke. Feind ausgeschaltet. Er spielt nicht wirklich mit Shotgun, oder? Komm, wir laufen hier nochmal. Scheiße, Mann! Oh, jetzt haben sie wieder diese Kacke, wo sie mich um die Ecke sehen können. Ja, das hat ja auch nichts genutzt, so Nudel. Oh, Mutti alle! Bei ihm auch! Wo ist er? Ey! Drohne nähert sich. Hinter mir, hinter mir. Scheiße, Mann! Ey, bewegt mich, bewegt mich. Er sitzt da... Er bewegt sich einfach nicht. Guckt euch das an. Spider-Bike, Alter. Fick dich, du Bastard. Alter, die ich da gerade in die Luft geflogen bin. Er hat seinen Punkt fast erreicht. Bringt es zu Ende. Alles klar, er spielt damit als Ohrnergott. Als wenn er Gott wäre. Das habe ich noch nicht erlebt. Boah, bin ich am sweatern, Freunde. Hier läuft die Suppe runter. Ich bin auch noch der Final Kill. Oh mein Gott, schaut mal, wie ich in die Luft fliege. Schaut mal. Oh, krass, Alter. Bis zum nächsten Mal.